Wir müssen morgen Holz machen. Ich kann die nächsten Tage nicht mehr weiter. Wieso? Mir geht's nicht gut. Was willst du mir sagen, dir geht's nicht gut? Hast du dich erkältet? Nein, mir geht's einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne? Was ist denn jetzt wieder los? Weißt du, was sie hat? Ich fand's eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also natürlich musste er manchmal sich gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Vielleicht war er deswegen so... Powervoll. Hahahaha I need you, ja, possibly. But I need you... Ich weiß nicht wie, was sie hat. Ich darf mich nicht mehr gar nicht drauf... Ich weiß genau, warum ich hier nicht dann bin. Ich zeige euch. Und ich habe das nicht gegen die FLYN gefallen. Alles klar. Aber wann ist sich geschafft. Ich habe mein Vater besser. Dann bin ich beim Bperni. Alles klar. Ich bin, ich bin deinem B Pedro. Ich versuch. Ich habe mich dabei gesehen. Als ich bin, deinem Bpernerer bin. Ich habe zu sein. Ich bin launchiert, ich bin keinen Kamm. Die Kamera, die sich auf den Seiten.